Die Aura aus Verwirrung und Verzweiflung und dennoch verborgen, bereit sich auf Angst zu stürzen. Sie bewegen sich lautlos in unserer Mitte. Sie verbreiten ihr Gift aus Täuschung und Hass. Für die Reinheit. Schatten, die sich erheben und stärker werden. Während Chaos um sich greift und die Welt verschlingt. Wir enden. Ich starb. Alles war verloren. Die schlimmsten Albträume verfolgen uns dort, wo wir uns am geborgensten fühlen. Zu Hause. Endlich. 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 Endlich.